Du hast dich immer gefragt, was nehme ich eigentlich für Setups für die Karriere bzw. Profisaison. Hier ist die Antwort in diesem kleinen, kleinen, ganz kleinen Video kurz zusammengefasst. Wenn es euch zu schnell geht, einfach auf Pause drücken. Ich wünsche euch viel Spaß dabei beim Setup herausschreiben und beim Ausprobieren. Und ich sage, bis zum nächsten Video, euer Philipp. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.